Und, was müssen wir jetzt machen? Warten. Müssen Sie ein Arschloch sein. Mal ist man mehr der Nette, mal mehr der fiese Typ. Wenn er es nicht bringt, kann einen packen. Nur drei der vier Bewerber sind echt. Wir suchen keinen guten Menschen, der nach außen hin ein Arschloch ist. Was wir suchen, ist ein Arschloch, das nach außen hin ein guter Mensch ist. Und, was wir suchen, ist ein Arschloch.